Musik Und willkommen zu einer weiteren Runde Counter-Strike und mit dabei ist der Florian Hallo Hi Und wir sind Es geht gleich los mit den Antiterroristen Ich bin tot Genau Da haben wir gerade Florian zugesehen Ich habe zu spät, bin ich ins Spiel gekommen und somit konnte ich schon die erste Runde nicht mehr mitspielen Aber egal Waterwin Alter, wieso spät der so daneben? Macht der das mit Absicht? Dieser Franzacke Alter, hat der denn irgendwie einen Warleck oder so? Oder was hat der da an der Wand gesehen? Ja und Ah, die Terroristen haben schon die Bombe platziert Sieht nicht gut aus für uns Alter Defuse doch endlich Auf was wart er dir? Alter, dann holen die noch die Scheiße Das ist schwach Nein, Spaß Das ist dann wenig suboptimal Das ist echt schlecht Ja, Mann Jetzt kann ich mir keine Waffe kaufen Oder wie sehe ich das? Ach, schade, du Dann müsst ihr halt Dann seht ihr halt nochmal von mir die Startrunde so insgeheim Obwohl schon die zweite Runde ist Ich mit meiner geilen Wächtertarnung hier Guardian geht voll ab Okay, da war es zu schlecht Alter, habe ich mich da erschreckt Da war ich zu schlecht Alter, der musste aber geschluckt haben Ja, vier Treffer, aber komm Mit der Aka Alter, wie die uns moschen Also Weißt du, wo ist unser ganzes Team? Mal kurz gucken Fliegen wir mal kurz durch die Gegend hier Da liegt die Bombe Und das gesamte Unser gesamtes Team Chills an einer ganz anderen Ecke Einer läuft hier rum Der andere geht zum gegnerischen Spawn Aber keiner sieht es nur in Geringster Hinsicht Muss, denkt er, dass er zur Bombe gehen muss Und der eine wird jetzt gemessert Oh nein Der wird sonst erschossen Ja, die Fuse ist gratis Ja, ich wollte gerade sagen Ist ja eigentlich Kriegst du das Geschenk Oh, muss ich dir etwas sagen Du dummer Hund Du grüßiger Bauer Ja Ich weiß nicht mehr gerade, wie er geredet hat Hm Wo wollen die wir denn hin? Wo wollen wir hin? Wo wollen wir hin? Von hier bin ich gerade erschossen worden Mal gucken Einfach mal rein sprain Hoffentlich klappt das Da war keiner Dann kämpfen die da wohl noch Da ist er gerade erschossen worden Okay, ich glaube, entscheidend holen wir mal eine Runde Ist ja auch ein kleines Wunder Aber gut, für uns Ja, haben wir die Runde geholt Ich nehme jetzt auch mal eine Shotgun mit Ja, ich nicht Oder nee, ich nehme die MP9 mit MP9 Alter, da habe ich schon wieder eingesteckt Ich muss mir die Nase kratzen Das ist immer ein schlechtes Zeichen Ich hasse das Wenn ich Alter, hast du jetzt ehrlich Deine Nase Wenn ich socke Und dann meine Nase juckt Ich könnte schreien Ich könnte schreien Holt den, holt den Ist mir egal, wenn die da unten sind Ah, der hat den geholt Und da Sind wir Habe ich Noch gar keinen gekillt, Alter Richtig peinlich Darum habe ich auch minus 1 Ich auch nicht Ich habe genau einen Assist Alter, richtig belastend ist sowas Heftig Ja, aber richtig Alter, sind die alle Dort hinten drin Dann müssen wir ja einen holen Und wir holen keinen Oh, ich habe noch einen getötet Einen habe ich noch getötet Aber Dust ist auch eine Map Die eigentlich nicht sehr oft gespielt wird Wenn man mal ehrlich ist Sehr oft wird Dust2 und so gespielt Aber Dust ist eigentlich eine Map Die sehr, sehr selten drankommt Oder wie siehst du das, Florian? Ja, also Häufiger ist Dust2 dran Ja, die Map kann ich nicht so sehen Weil man die sehr oft spielt Und das ist sehr anstrengend Wenn man die immer Zu sehen bekommt Jetzt gehe ich mal an Ende Bei Ark Versuche ich mal mit der Awe Über den langen Gang Leute zu eliminieren Da stehen sie meistens Am Ende des Gangs Ja Wollen wir mal ausprobieren, ne Jungs? Oder haben wir einen? Ja Einmal mal einschießen Leider ist da keiner Hast du den mit der Awe weggeholt? Ja, kann sein Guck nochmal raus, Alter Ich hab den geholt Cool, habt ihr das gesehen? Ich war geflasht Und ich hab ihn trotzdem getötet Das tut mir leid, Junge Das war sehr hart Aber, ja Das tut mir sehr leid Halt, jetzt weiß man jetzt Jetzt weiß der mal, wie man sich fühlt Wenn man einfach so erschossen wird Obwohl man denkt Der Gegner kann dich eigentlich gar nicht sehen Was hast du denn gemacht? Der einen durch den Rauch? Nein, ich bin, ähm Das war, ähm Lauf mir nicht vor die Flinte Ja, naja, also Ähm, der eine hat eine Flashback rausgeworfen Und der saß da in der Ecke Und dann, siehst du, hab ich so War ich komplett weiß geflasht Und dann nachher, ähm Habe ich so intuitiv einfach mal abgestrückt Okay Und nachher, ähm Obwohl ich komplett geflasht war Habe ich ihn getötet Das ist cool Das ist sehr, sehr geil Komm, Junge Och Mann Habe ich so lange gewechselt Hätte ich gleich wechseln sollen Aber da haben wir trotzdem gewonnen Und so langsam komme ich ins Spül rein Das ist gut Nehmen wir nochmal die Aabe Und keine Pistole Weil aus der letzten Runde wisst ihr Dass es Pech gibt Wenn man sich eine Secondary kauft Alter, was wollt ihr jetzt hier labern? Labert am Küchentisch oder sowas Aber lasst mich in Ruhe Ich will hier spielen Das kann ich nicht verstehen Oh, da habe ich ihn geholt Habe ich ihn auch geholt Komm Kollege, verhau dich da mal Das belastet mich Alter, da hat er doch Zum Glück hat Der Teamkollegin dort geholt Ich habe für die PP19 Eine richtig hässliche Tarnung PP19, das ist welche Waffe? Die Bison Oder wie die heißt Ein einziger noch Ah, der geht unten durch Passt auf Und Florian holt ihn sich Nee, nicht Florian Florian ist ein besserer Spieler So ein anderer hat sich den geholt Ich habe hier eine Granate Hab ich meine an, ich habe meine die Runde gar nicht verbraucht Was für ein Genius ich doch bin Genius Alke Genius Alter, bitte mach mir nichts mit dein Granatenskills Ich gehe nochmals unten durch Ich gehe nochmals unten durch Ja, richtig Ich kenne mich hier mit den drei weiteren Aave-Kollegen Da habe ich bereits ein wenig geschluckt Ich bin nicht so schlimm Ich bin nicht so schlimm Kommt dem Kollege, den holst du All right, ist gut gemacht Und Foyou Und Foyou Ich war's Florian ist Bad Boy Jetzt ärgern wir Florian mal die Runde Was ist denn los? Ja, der sollte sitzen Schnauze Ja, 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 ich bin Franzose Ich muss lustig sein Ich muss mal wieder labern Ich spreche gern Deutsch Alter, mega Franzacke, alter Die belasten mich richtig Alter, zappelt dahint nicht so rum Lauf genau hier in die Schussbahn Da ist keiner Kollege Alter, dann treffe ich den Kollegen Ist der da reingegangen, hat er Alter, was läuft gerade Alter, wie die Leiche nachher noch so'n So'n Schlabber So'n Spastenzug gemacht hat Feuer in the hole Alter, der Auf die Distanz mit der Nova Ganz ehrlich Ist das möglich? Alter, bin ich so'n Ah, muss doch mal ne Ja, klau mir die Aave Ist ja legitim Ist ganz normal Lebst du noch? Ne Ne, ich bin schon lange tot Schon ganz lange Ne Ja komm, so Atex Oder weiß er so'n Ne, Sartax Mit meiner Aave Ich schäme mich Weil er genau gewusst hat, dass er von dort kommt Weil er genau gewusst hat, dass er von dort kommt Ja, da wird schon sehr kritisch Ja, du Gottloch, du Ja, da muss man ein bisschen vorziehen Sind wir hier denn nur noch 4 gegen 4, okay Alter Der will auch nicht sterben, oder? Der Kollege hat ihn jetzt schon zweimal getroffen Zieh mal nach links Das kann's doch nicht sein Ich halt hier sonst die Leute auf, aber Muss jetzt drauf achten, wenn der Kollege stirbt Dann ist was vorgefallen Was machst'n da vorher hin? Da ist er langgekommen, oder? Ah, tot Alter, komm Das ist richtig belastend Da war der Ich glaub der geht zu Ne, die beiden Es sind ja noch 2 Alter ist der eine AFK am Spawn Florian Welcher denn? Ja, irgendeiner Es sind noch 2, aber ich sehe eigentlich nur einen Hat sich grad bewegt Ne, die sind beide Aktiv Ja Ich denk mal beide bei B, oder? Das haben wir gewonnen Hab ich Glück gehabt Ich denk mal, wenn ich nämlich da jetzt noch angeschissen käme, wäre ich erschossen worden Okay Aber anscheinend diese Taktik bewährt sich ja Und wir stehen auch schon in der letzten Runde Und dann ist vorbei Besser gesagt die Entscheidungsrunde Wenn wir nämlich die holen, haben wir gewonnen Ich steche gerne in Teamkameraden Ich steche gerne in Teamkameraden Ach komm schon, ich bin so scheiße Das kann's doch nicht sein Müssen Muss ich kurz aufpassen Bitte Der war drauf Der war ein Der war aber drauf dafür Ich muss ein bisschen höher ziehen, damit ich die Brust treffe Oh, Wallbang Schade Guck dir vor, Alter Ich weiß, du willst es Komm Guck dir vor Guck gleich nochmal vor Da ist er nämlich Alter, dieser Spot ist cool Aber wir wollen ja die letzte Runde, da campen wir nicht so rum Dann müssen wir unsere Quickscope Skills mit der ABP herausholen ABP Und da haben wir gewonnen Sehr schön Wenn jemand bekommt was Sehr schön Ja, aber dann sind wir auch schon am Ende und Danke fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal, ciao Bis zum nächsten Mal, ciao